Super Mario Maker! Juhu! Juhu! Okidoki! Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Super Mario Maker Reach for the Stars! Wir spielen von Kmaumauk das Butanicum. Allein bei dem Namen dachte ich mir schon wieder so... Mein Kopf tut weh von den schlechten Wortwitzen. Aber egal. Schauen wir mal ins Butanicum rein. Natürlich sind überall Buhs. Sieht echt hübsch aus, muss ich grad mal sagen. Ist ein hübsches Level. Als Level Art hat er oder sie angegeben... Normal. Was ich jetzt bei einem Buhhaus nicht ganz glauben kann. Aber ich nehm's einfach mal so hin. So, ich geh mal davon aus, ich werd das Sprungbrett... Achso, ja, natürlich. Ist ja sogar da angegeben. Aha. So. Ähnlich wie die P-Switche im ersten Level, das wir gespielt haben. Nur, dass hier das Sprungbrett tatsächlich da ist. Hi. So. Mhm, 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 mhm. Hm. Hm. Da ist ein Buh drinnen. Sag ich doch. Hahahaha. Öps. Okay. Hallo. Bock. So. Ähm. Oh. Hm. Irgendwo runter geht. Ich trau mich grad nicht. Ich geh in die Tür. Ich trau mich grad nicht. Das ist ein echt hübsches Botanicum, muss ich mal sagen. Die ganzen Ranken, die da rumhängen und sowas. Find ich echt hübsch. Achso, stimmt. Mario Maker Spin Jumps. Da war ja was. Da war ja was. Wah. Komm mal zu, Fräulein. Nicht mit mir. So. Wah. Wah. Äh. Da runter? Oh. Oh. Ha. Äh. Äh. Das hat mich leider nicht viel weitergebracht. Achso, da kann ich ja jetzt rausspringen, ne? Ja. Richtig. Ich frage mich, ob das ein Secret oder notwendig ist. Oh. Äh. Soll das heißen, ich brauche hier nur Feuerblume? Heißt das das? Was? Oder war das jetzt echt einfach nur eine Abkürzung? Juh. He. Ah. Ja, ist das Ziel. Ja, Mensch. War ja kurz und knackig. Oh, Moment. Die Points. Die Points. Na komm schon. He. Yay. Points. Sehr gut. Das war doch okay. Das war okay. Das war jetzt nicht super anspruchsvoll. muss man sagen. Also, ähm, ja. Ja, es war okay. Es war vollkommen okay. Ähm, es sah vor allen Dingen hübsch aus. Es sah echt gut aus. Das muss ich mal sagen. Ähm, ich, hm, ich werde mal bewerten. Ich denke, 2,2 von 3 sind ja durchaus angebracht. Es war halt, ähm, ja, es war halt definitiv, ich hab's Gefühl, es könnte, es könnte ein Level sein, das gut in, äh, in Nintendo-Spiel passen würde. Und ich würde sowieso so den, den Rahmen um 2, 1 plus so als Nintendo-like äh, festlegen und 3 Sterne so als Meisterwerk. Ähm, aber ja, es sah gut aus. Hat Spaß gemacht. Ja, hab ich dazu nicht zu sagen. War okay. War sehr okay. Ha, schönes Level. Und, ähm, ja. Damit würde ich sagen, war es das von dieser Folge. Ich hoffe, dieses Projekt hat euch gefallen. Falls ja, bei der Abonnieren kommt ihr gut bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit einem neuen Level. Ich bin gespannt. Bis dahin. Tschö, tschö. Tschö. Oder? T